OpenOffice.org Textverarbeitung Die Dokumentenansicht ändern OpenOffice.org besitzt verschiedene Möglichkeiten der Dokumentenansicht. Drucklayout, Weblayout, ganzer Bildschirm, Maßstab. Sie können diese Möglichkeiten über das Ansichtmenü aufrufen. Das einzige Dokumentansichtmenü mit einem Untermenü ist das Maßstabmenü. Wenn Sie Ansicht, Maßstab wählen, wird die folgende Dialogbox angezeigt. Ganze Seite zeigt die ganze Seite auf dem Bildschirm. Seitenbreite zeigt die komplette Seitenbreite des Dokuments. Optimal passt die Anzeige an die Textbreite des Dokuments an. 200% zeigt das Dokument zweimal so groß wie normal an. 150% zeigt das Dokument eineinhalb so groß wie normal an. 100% zeigt das Dokument in der wirklichen Größe. 75% zeigt das Dokument im Dreieinviertel seiner normalen Größe. 50% zeigt das Dokument in der Hälfte seiner normalen Größe. Variable geben Sie den Zoom-Faktor ein Prozentwert, den Sie für die Anzeige des Dokuments verwenden möchten. Außerdem können Sie den Ansichtsmaßstab jederzeit in 10% Schritten verändern, wenn Sie mit gedrückter Steuerungstaste das Mausrad bewegen. Ciao und viel Glück! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.